das bin ich freue mich mit euch wir starten direkt in die partie und werden uns natürlich einmal direkt über her machen und onyx ist schon direkt unterwegs er hat direkt in double kill hingelegt und red möchte das ganze mal ausgleichen sie sind auf dem onyx ihrerseits über den seitengang unterwegs und noch mal eine flanke aufzumachen mojo die duels mal wieder grundlegend ordentlich eingesetzt slags in der ecke keine chance laux für den double kill die zeit läuft jetzt natürlich gegen no rules der versuchte die offensiven zu gehen und machte den shot und holt die runde nach hause eigentlich untypisch gerade hier an der rampe ganz schwierige situation ask kann hätte ich das ein bisschen er mit einem hp hat er sich da hinter der kante noch versteckt aber jetzt verletzt sie natürlich hat aber zumindest auf weiche gelegt no rules und snacks die defensive position scheint wunderbar zu funktionieren sie werden mit der vier gegen zwei situationen gesegnet und es ist no rules die sache beendet super schöne shots bombe kann defused werden und damit wenn man jetzt schon ohne oder ist die lücke entstanden nur er drauf geht man jetzt schon ohne die aggressivität das gut gehalten hat lieber vorne gegen zu halten verlieren sie dummerweise natürlich arrows der einfach trocken rumgezogen ist das schon sehr weit durch gewesen vorhin jemand gespottet hat longs noch mit dem lockt vor dem b-spot erfolgreich auch wenn es gerade ziemlich verteilt ist no rules ein bisschen der fels in der brandung aber wir haben es gesehen der b-spot der wird schon eingenommen eingesetzt hat wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern die einzig wirklich ruhige runde wenn das nur sogar noch mal fällt gegen patrick hat überhaupt nicht werfen hier ich bin mal gespannt wenn uns denn jetzt ist hier durch solche pusten schafft wie mojo genau diese aggression zu den nein ich glaube da können sie eine schwere zeit haben die flash von stein allerdings aus dem lehrbuch no rules ist da komplett große probleme aber den spray gerade noch rechtzeitig reingekriegt bis ein module damit kriegt wo die schüsse herkommen ist ein kleines feature was wir hier haben für den letzten spieltag der ein oder andere wertschrank gespottet haben unten links wenn ihr sagt ihr müsst die andere spiele nicht unbedingt sehen aber wir ganz gerne wissen was da abgeht je nachdem wie die tabelle sich dann auch verändern könnte könnt ihr die matches die ganze zeit verfolgen seht genau was abgeht und hab ich immer einen überblick über das was auf den anzeigen ist schon wirklich außergewöhnlich aus der wieder erfolgreiche an der rampe also er hat jetzt schon zum zweiten mal große probleme oder es ist aber werden trotzdem weiterhin versuchen der den gegner auch gefährlich zu werden ask kann er jetzt die gelegenheit hier richtig viel schaden anzüchten aber trifft die shots nicht beide klicken nicht zu fassen slags bedankt sich hat genug zeit sich umzudrehen und langs während des extra ganz problematisch liegt da die bombe das ist die bombe der erste hat runter während dessen norrells eine gute chance liegen lässt den nächsten die gegründet haben zu setzen man muss generell sagen ohne excellence so in diesen ersten acht runden nicht ganz so konsequent wie wir es gekannt haben bisher aus dieser saison was die headshots angeht was das aim angeht normalerweise hat man solche peaks um einiges mehr gepunischt ich glaube gerade rausnehmen muss man hier aber arrow der auch wieder ein kill machen kann die runde bleibt weiterhin klaus ein einziger spieler einer mit der diegel und es ist genau hier in der einfach nicht gecheckt die haben nur gespottet werden er ist direkt mit dem headshot da und machte gegen lornyx das sofort gesehen patrick jetzt weiter unter Druck aber die flaschen überhaupt nicht pop links von ihm es ist kein kit vorhanden er kann es eigentlich fast nicht mehr diffusen und patrick spielt einfach in der smokehouse ich bin mir sicher wird jetzt die stairs runter laufen seine akka salven und kriegt den kill ja gegen patrick noch aber keine runde ja patrick wäre fast von der balustrade gehüpft probleme die ihnen da entstehen können auch wieder schneller einstieg richter b langs macht das so viel so viel luft nach vorne red ist hinterher gezogen und der bs wort der fällt und bei onyx scheint es echt auf beiden seiten nicht zu laufen jetzt wird er auch schon offensiv gepusht da könnte sich noch ein mehr hat nicht gerechnet dass er oder obama sitzt zumindest hat ein überraschungseffekt aber weiß ganz genau dass wenn er jetzt herum steppt da wird schon irgendwas auf ihn schießen der feld dennoch sprout super auf der jahr da haben wir kein geheimnis rausgemacht und mittlerweile haben ihre matches runter können mittlerweile haben sich ein bisschen absprechen können auch wenn das land heute wieder ein bisschen anders aussieht diesmal könnte ein bisschen in die andere richtung schwingen moyo macht den zweit kill mit der mp9 hat mit haslex jetzt noch mal runter gehuntet und für die onyx talents eigentlich egal der noch so ein ding also eine sache fällt schon mal auf vor allem ist der und langs ziehen immer vorneweg und die beiden oder eigentlich dass das braute im allgemeinen scheint amt ja schon sehr gut aufgestellt zu sein hinter den play-offs denn du hast gesagt sprout wie confident sprout wirkt abgeklärt und red hat sich auch bei dem headshot nicht gelungen lassen er muss jetzt aufpassen gleich kommt der connector spieler die nade fliegt viel zu weit und auch da macht er noch mal die kill das wären zwei gegen fünf wenn sie das jetzt holen können alle spieler auf dem server sind los der steht noch mal zwei ap verloren war natürlich alles kalkuliert keine frage meinst du die müssen in den tracks rein scheißen das ist das ist wie so eine generalprobe ne kennt es ja beim theater bis auch immer abergläubisch wenn die generalprobe nicht funktionieren konnte auch bei der economy der zeit ist nicht so gut ist das fällt er sogar noch mal durch die smoke und auch snacks ist ein spieler gewesen der abgesagt hat normalerweise sie haben ihre predictions gehen auch noch ganz gut auf hier mal eine flash da mal eine flash sieht aber einfach auch aus als ob ohnex einfach von kompositioning auch gar nicht der sache immer so gewachsen wäre siehst du noch so nix braucht hat dann einfach da immer noch die richtigen den richtigen riecher an der stelle und wann immer man das gefühl hat und excelenz hat vielleicht endlich einen einstieg gefunden endlich mal eine möglichkeit eine runde zu und dann passiert genau sowas ist auch schon wieder zwei gegen vier situation die jetzt in den tour und tour übergeht no rules ja da hat das noch mal gerettet immerhin aber ich habe das gesicht zu zeigen vor dem 2 zu 0 sind wir jetzt natürlich weiter weg könnten wir davon fast nicht sein hier wieder ordentlich getradet es fällt für jeden onyx spieler fällt eigentlich oder vielen spieler vielleicht was immer auch ein spieler gleich mit und dann passiert sowas nex sehr viele einzel sachen also das ist eigentlich die dazu zu zwingen irgendwelche endgültigen sachen zu spielen zuerst kann mal den red da vorne erwischt da ist es wichtig dass man zusammen spielt jawohl das sieht gut aus ein tropfen auf den heißen stein oder mal eine runde die etwas gut startet aber jetzt auch aber es ist zwei gegen fünftag jetzt die flash noch mal durchgekriegt da war irgendwo eine gegenflash glaube ich mit dabei oder von red schlichtweg die 2 an den seiten gang damit red auch wirklich da alleine ist damit der spieler nicht da wirklich viel machen kann nur auch ein headshot von red aber lor nix ist jetzt allein ich meine es ist eine maschine der junge aber aus der position war es eigentlich zu viel verlangt da darf man nicht sagen dass das klatschen sollte dass es vielleicht trotzdem kann möchte uns jetzt beweisen oder es fällt zumindest 30 Sekunden da also diesmal auf 10 dann drin sein die betonung liegt hier auch normalerweise denn wir sehen da auch schon wieder akka sind eigentlich fahrzeug das bord vorhanden ist der reflect moyo der da alleine vorgeschickt wird diese portflash sollte es wahrscheinlich nur eine frage der zeit bis hier ein paar shots finden slacks aber er schafft es trotzdem noch um die smoke weiter rum zu wiesen und irgendwie so davon zu kommen schmecken können auch mal eine gegenflash der timer tickt auch immer weiter runter die bombe zur hälfte jetzt down Snacks holt sich den replay gegen patrick direkt aber geht dann vielleicht ein ticken zu aggressiv auf seiten von asgarn die mp9 macht verdammt viel schaden die close entkommt desto besser und er muss jetzt aber alleine machen er rome 1-2 sie piken in beide und das schlussendliche resultat ist sein 11 zu 4 mit den duels bereit jetzt kommt der moment der wahrheit einen kill macht er dann wird er vernünftig getradet longs hinten auf der ecke ein 17 ap entweder ein ding schon mitbekommen oder eine deftige granate ich habe es nicht ganz realisiert red versucht das ein bisschen zu retten die sind sehr schnell in die gegenoffensive also von straub kommt da direkt gegenwehr arrow arrow macht das was er am besten kann headshots an vorderster reihe das ist ein bisschen reinlaufen sterne war munition die duels wir spielen natürlich mit letzten versuch ist er und er geht mit dem knife rauf hatte glaube ich keine zeit mehr seine waffe nachzuladen morg werfen dann oben über die smog drüber ziehen und gucken dass man die duelle mit möglichst in vorteilspositionen eingeht aber nachdem die smog gefadet ist lässt sich lex da oben noch ziemlich offen blicken der vorne versucht weiter schaden zu machen oder von snacks gepickt über zwei situationen für die onyx talents und die haben jetzt nichts hat den weg selbst gesehen geht auf den aufwengel damit es nicht abgeämt wird moyo hätte da mehr ausmachen können natürlich peich gleichzeitig patrick um auf dem selbst bus und das ist so gut aus für die onyx hands eigentlich aber jetzt wird es immer immer schwieriger snacks endlich mit dem support von askern der nicht kann auch wieder von hinten kamen und ich sie drum ist es nicht am self boost one for one trade red kommt von der seite und wir haben es gesehen snacks mit dem blick nach vorn aber nicht nach links war es sich nicht so viel vorgelegt dass sie den riesen vorteil auf ihrer seite ab und snacks eröffnet mit dem smog bei entgegen langs und dann gibt es den schnellen entry auch in der mitte von moyo rechts abgesmogt wahrscheinlich werden sie da denn man muss sagen die der zone die smart geholt hat war ja auch genau dieser gute start von den onyx talents und jetzt kann man es auch mal in die mittel mit reintragen snacks holt noch patrick aus der der letzte einsame krieger auf der b-side gewesen ist der vielleicht mit dem cross break noch mal zwei gegen drei vielleicht wäre dann was gegangen aber das sieht so geil aus dass wir zwar durchgespailt und sie bekommen trotzdem raus hat und haben sie doch predicted schade da wäre so viel drin gewesen aber es hat zeit geholt dadurch dass ich wusste dass sie was stehen müsste red holt auch noch mal ein kills rein rotiert drei spiele jetzt auf dem spot und der der kommt von hinten der kommt von hinten macht zwei onyx talents genau das meinte ich genauso was braucht man bei sprout eine 1 9 zu sechs sehr sehr fiese nade ist der und moyo trennt sich da red er hat er hat ihn gesehen ich glaube er hat ihn gesehen vorher noch kurz vor dem vor dem weg zwischen gespalten slags muss sich von der zeit erstmal um genau hier wieder aber das gute ist dass patrick sich ein schönes timing gesucht hat er ist nicht so vor dem rumgezogen hat gesagt okay sobald der first contact ist ziehe ich rein er wird natürlich sicherlich nicht nur ein spiel erschienen deshalb hat er es erwischt er mit dem fantastischen cross placement weshalb der schott gegen slags relativ einfach war und jetzt ist es genau auf diese nade gespielt und ich glaube aus gar mit dich mal die orts durchsägen ist das bitter ist das bitter die bande geworfen ist hat das auch ein bisschen gelesen die nade hätte und der push durch die smoke klar gegen die bis jetzt kannst du was mal eingehen aber trotzdem er hat schon relativ viele bereichern können er aber der einzige hier auch hatte noch in dieser runde holt sich da einen weiteren kill patrick hat eine große strage und du willst er eigentlich nicht an dieser arke haben genau da ist er gefährlich genau da kann man dem gegner dort wie tun wo es am schlimmsten ist und er macht immer weiter 3k bombe wenn dessen geplant ist der ist im nächsten klatsch und das ist das ist er spielt close an der smoke der job drei aber in der luft schon am schießt und deshalb auf aufzuschließen das ist die theorie die praxis sieht gerne mal anders aus die b spieler enker rotator alle allerdings ohne auch noch ein kill down gang ist der macht er sogar noch zwei da dran ich muss ganz ehrlich sagen ich kann das recht gerade in jede richtung gehen auch so eine usp kann in jede richtung gehen denn das ist jetzt nicht nur noch eine usp-runde sondern auch die akars wettert das sehr schön gelesen dass er runter handeln musste auch durch den ball und hoff und norwood ist da und zeit ein bisschen aufgad erwischt eigentlich muss lexter mehr rausholen das gute ist aber stelle noch an dem seiten geht jetzt aber gegen euro und es ist auf einmal zwei gegen vier bitte nicht so ist es immer noch bekannt auf der zeit fällt stelle tippt allerdings immer noch mit der diegel rum kann jetzt erstmal nicht setzen lohn x pickt aber die akka und jetzt ist es necks 1 g a seite aber lohn x steht da einfach um einiges besser macht nicht mal den kill aubert haben gar nicht rum ziehen ist red tot brauchen sie nicht weil er ist der erste shot schon tatsächlich nicht rein dadurch dass nur so ein bisschen am schickern ist und ihm nur das schulterblatt zeigt dass es war jetzt gut dem arsch in deckung gegangen arrows wird getradet wieder arrow mit den double kids wieder er mit den entries aber da wurde gestoppt von stair der auch seinerseits auf den spot drauf zieht zwei gegen zwei situation ich muss früher oder später muhr oder selbst mal die offensive finden aber der hat das vollkommen auf dem schirm hat wunderbar aufgepasst und da ist das gg sprout gewinnt die erste map ziemlich deutlich die erste runde der zweiten map hier nicht verpasst und das ist inferno und da kommt der offensiv push von onyx talents die sehr tief bis unten an die t-treppe ran rotieren askan mojo es scheppert in logges gesicht da möchte natürlich den letzten frage auch noch haben aber red ist ein bisschen in der ecke mojo beendet das und der offensiv push von onyx talents der erste map gegen big academy gewonnen und die können die richtung an den oryx talents vorbeiziehen und gerade in dieser runde macht man nicht wirklich viel dazu dass ich nicht auch realität kommt auch dieser flick von longs muss man dazu sagen der hat er mit der mac 10 im spray den spray transfer gemacht sieht man auch nicht alle tage über 90 grad askan hat am ende gezeigt dass er noch performen kann die flashes in sein gesicht nehmen aber alles raus die machte nein von arrow macht er keinen kill das sind wir nicht von ihm gewohnt normalerweise ist das für ihn safe dinger norwells auch mit der 57 der monotope supportet ihn für den zweiten kill sogar ein headshot ok ok der egl zeigt uns wie das hier geht die bombe ebenfalls gedroppt in ct eine hohe flash kommt auch heraus slags auch pull flash durch die smoke angehittet und da geht auch noch was also da hat sie irgendwie noch gerettet keine smoke zur verfügung gestanden dass die bombe da noch reingeportet ist ich weiß nicht ganz was der da gemacht hat der hat auf jeden fall in die falsche richtung geguckt slags mit dem double kill mit der diegel so stehen kann es gehen die runde ist schon durch und ohne rolle gespielt ich glaube dass wir auch gar nicht wir auch gar nicht in richtung gekommen gegangen also schönes welt setup hinten der spieler wegge sprung an der kante es hat sich so ein bisschen hinter dessen versteckt und klassisches zwischen bait mojo switch und bait mit der m4 1s und die runde zerfällt für sprout also wir müssen weiter festhalten ohne xx home map das werden sie irgendwo durchziehen dann hier bombe land ist nicht drin gegen alternate fdx das bedeutet im umkehrschluss egal was hier jetzt noch passiert dick academy schön hat hat nochmal von stair der die b-side damit öffnet das war ein saftiges stück aber unser upper bracket finale wird sprout gegen big academy werden und wie es sich dahinter einreiht das wird sich jetzt noch zeigen onyx talents bewirbt sich gerade für den dritten platz und atx muss jetzt hoffen dass hier gestrauchelt wird wobei auch im direkten vergleich das dürfte eigentlich bedeutet haben platz eins sprout platz zwei da muss man tatsächlich sagen der imposter unter den top teams ist dann ganz eindeutig und das nicht nur nicht nur mitspielen sondern auch so vielen teams so vielen etablierteren teams auch komplett gefährlich werden können damit hätte ich im vorfeld wirklich gerechnet das kann mit einem sicheren shot den macht er wahrscheinlich im schlaf die smoke geblockt aber ich glaube das hat auch nicht gereicht oder macht er den hit noch gegen longs gutes timing der prediction geht voll ins rein aber drei da patrick aber an einem verdammt ekelhaft noch wenn auch wieder keine einfaches ding für no rules und das soll es nicht versägen nochmal der pre-fire hinten an squat aber das ist eine dritte runde für sport verdammt knapp askern ich weiß noch nicht wie der erste die smoke drauf gewesen ist ehrlich gesagt und dann auf dem internationalen turnier irgendwo sitzt ist dann halt auch noch mal eine möglichkeit wenn man nach unten guckt quasi das kommt noch mal ein bisschen mit oben drauf und ich glaube es ist für sie ganz gut dass sie noch mal diesen warnschuss bekommen bevor es an die playoffs geht es nicht mehr als warnschüsse der muss treffer versenken tut es auch beim ersten da was er jetzt hat ein bisschen mehr bewegungsfreiheit finden an der box vor allem wenn ich nicht reingehen die abp geht nicht rein von slags und den will hier und der einzige der in der lage waren vernünftigen reflex zu setzen das war in dem moment slags aber der kriegt den shot nicht richtig rein und dementsprechend ist er im nahkampf dann auch beute schon geschaffen askern ja den hit gegen patrick lässt sich nicht nehmen und dann red noch mal hinterher langs währenddessen der schon sehr weit durch war fast in die biblio reingekommen wäre wird die erste map geholt wenn die zweite folgt kommen sie in den play-in-spot rein die weisen mit einem sehr offensiven mob geht zusammen mit motor die beide da tief reinziehen in die falsche mitte und die haben auch keine anstalten gemacht währenddessen ist schon snacks dabei der dritte mann ist der rauf aufsport und das kann jetzt eine position gut damit kiffen jetzt muss er sich ein stück zurückziehen smog aber den rot auf ab möchte also offensichtlich jedoch nicht rausgehen ich glaube er hat den hit gegen red gesetzt das kam was im predict war ja schon wieder von ihm er ist eine richtige richtige schmeißfliege fast schon ständig kriegst du irgendwelche hits schwirrt um dich rum longs wird gepickt keine wiki ist für unix hell ist auf der cd-seite ist dass ihre economy passt als kann jetzt wieder rüber rotiert slags mit seiner pocket op und aber moyo raus und jetzt muss auf die zeit rein rotiert werden da steht aber jemand ganz schön offen snacks hat keinen rückwunschpunkt und askern setzt den schuss ausnahmsweise mal nicht rein longs tappt gleichzeitig er kommt aber schon von short hat slags direkt den blick dafür noch keine end ist aktuell ab er geht mal unten ins pit der shot ist wichtig denn gegen die op hat das auf jeden fall nicht holen können da kommt aber direkt die nächste mini op wieder hinterher die diegel von ster in der mitte holt gleichzeitig noch raus und es ist unfassbar was braut in solchen roten so ist diese lücke die war immer offen und die wurde immer größer und kam halt auch einfach die schutz noch dazu das ist auch wieder kriegt der macht seinen kill gegen arrow und jetzt muss erst gar dahinten das wieder immer alleine im alleingang regeln nein no rules steht da bereit no rules jawohl gut erhit mir der mp nein mojo da wird die schrotze ausgepackt und stares position im moment zumindest hat sich eingestellt unter der banane kommt jemand nach snacks kommt dazu hat sich in der herz gefasst und stares über die seite gepusht und wenn es leckster versucht durchzukommen wird er höchstwahrscheinlich auch noch abgefangen mein gott was entsteht hier für ein chaos meine vielstellen ja aber das ist ja bei sprout zum beispiel nichts neues das ist schon wieder damit es auch weiter oben musste dadurch die smoke steppen um das nachträglich noch mal zu holen oder zumindest für den reflake parat zu sein das ist ein wichtiger kill red aber auch wieder mit dem guten trade dabei und immer wichtig dass keine sport gold überzahlen situation sichergestellt und vor allem den spot geklärt auf und man kann sagen wo kommt denn der graveyard peak host der hat fast noch mal verkauft sind natürlich schöne matches aber da geht es um richtig viel askern zeigt uns warum so schönes matches mit ihnen jetzt den call bekommt dass da der kurz go stattfindet wenn die vorne ein bisschen aufhalten können dann passt es auch red mit dem schnellen darwinkel red junge drei dicke dinge und jetzt kommt natürlich von der mitte schon die kamera hier angerückt aber es kann passieren auf mit der bsp 50 aus kann er geht da um patrick damit geht was passiert denn hier aber rein da in norwes und jetzt ist es sogar crossfire was ich versetzen können aber laura nix geht nicht down ein hp noch bei norwes weggetappt und das duel der beiden spieler mit 99 damage nicht mehr bringen kann aktuell aber dafür kann es sehr und laura nix hier ein paar schöne shots wieder rausbringen also die piste der kam von hinten die schalli m4 ist die waffe im abstand am häufigsten gepächt wurde würde ich behaupten in den letzten jahren counter-strike und es ist die leute aber nie zufrieden zu schlag zu schwach jetzt wieder als lurk aufgestellt hat natürlich noch zwei hp und das war auch nicht genug um die aufmerksamkeit auf hinzuziehen aber es hat zumindest gereicht und patrick noch mal eine sekunde zu verzögern die smokes hinten reichen der kill an red eröffnet ihnen viel und patrick musik für sie geht es halt wirklich gar nicht mehr aber du willst es natürlich dir selber beweisen sie wäre das liebste oder auf ein 1 zu steuern ist das trotzdem ja nicht nicht immer so dass das jetzt irgendwie wahnsinnig deutlich ist also es gibt immer die möglichkeit dass der knappe samstag übrigens für die relegation hier auf angehen damit schlaufen wird oder ab nächster woche freitag ab welchem punkt an die fans und dann samstag die playoffs starten hier startet mojo zwar nicht die runde aber einen schönen headshot gegen red richtung abzuwerfen dass er wird jetzt wahrscheinlich nicht so richtig anspruchsvoll sein aber ist der mit dem schnellen double kill er geht sogar mit der piste doch um völlig schmerzfrei holt er sich dann noch reinzugehen red zieht trocken rum oder flasch oder alles legs ja da wird so weit reingezogen hat dann einfach ein kill die arca von arrow kommt jetzt nicht zum eigenen satz aber das muss er jetzt schon fast 25 ist noch am lieben pickt sich die m für die sie oft lang etwas keine smoke zum crossen und dann muss ich entscheiden wo er mich rein in die mitte oder auf short legs peter schon vorher rum muss das heimlich erwischen und genau das meine ich jetzt einfaches ding für slags den arrow muss auch auf die mitte gucken sollte sich jetzt in der bei uns langsam enden ganz der ist so recht der typ alter das hat er hat auch schon auf vertigo solche dinge die ganze zeit rauskommt das ist halt dass das funktioniert ist so abartig aber er kriegt es immer wieder hin jetzt von mojo endlich überrannt damit offen short daneben von slags jetzt mit alle drei werden sich sehr gemütlich machen jetzt haben sie extra den bombenradius erhöht dann kann man die vorbeigezogen und an den unix hellen ins upper bracket aber eigentlich lebendig rauskommen aber nicht festgenagelt hat zumindest gut der mensch gemacht slags eingetroffen kann zumindest verhindern dass sein meter gepusht wird weil die gefahr hätte jetzt definitiv bestanden jetzt muss man am flexor bei verfläche so oben drüber jawohl weiß wie von no rules und hinten in der ecke da ist auch schon bekannt los geht sofort in die offensivereien flash in den eigenen rücken von arrow dazugegeben vielleicht war die sogar schon das wetter probiert bis jetzt in da reinzuziehen schönes doppelt set up wo wir sogar wegen kürzeren winkel mit dem ersten peak und ein einziger kipp von patrick der natürlich gespottet hat ja ist nicht aber wird wahrscheinlich die daran es war doch okay schade also das niveau war war wirklich hoch zum teil ist es natürlich auch heutzutage muss dann gespielt hat sich ein bisschen weiterentwickelt ich muss auch ganz ehrlich sagen wir den cs-match von vor sechs sieben jahre auch schon wieder mittlerweile her und heute anguckt wie gespielt wird ist einfach nicht wieder zu erkennen jetzt auch ohne excel in der runde wieder nicht zu erkennen es wird wieder getradet es wird wieder getradet eine flawless runde für der molotov von ihm so ein bisschen abuse und tag 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 ist der wieder niedergetackert lorik lücke lohnt sich da eigentlich ein bisschen mehr da kann auch mit der flash rum der sieht dann absolut gar nichts mehr wo sich dran slags im nahkampf wird das eine position ein bisschen rausgejagt und sie wollen noch auf die smoke warten das ganze position hat sich dann nicht ausgezahlt und überraschung was ist passiert patrick und red gleichzeitig auf der anderen sein er muss jetzt ein kill machen eigentlich den setzt er auch und damit hat er zumindest einen jungs im vorteil gebracht patrick und red gegen snacks ja ich glaube ich habe die aufzupicken aber bleibt lieber an der position er kann nicht zurück die könnte stehen banane ebenso deshalb darf er nicht mehr rausziehen und ist bekannt red eiskalt gegen maus fast 14 16 dann noch verloren aber gerade im major war das schon sehr zählt bei manchen teams genauso wie inferno das ist nicht ganz so extrem aber es braucht jetzt hier vielleicht zu einer 15 runde zu bringen wenn es nicht diesen verdammten er immer wieder gebe der ein dorn im auge von spout sein dürfte lorik's verpasst sein timing gegen er auch keine chance und jetzt ist es wieder slags anhit da das alles offen da die keine smoke wieder nur der anhit geht noch mal rum und das ist undankbar die position mit der op ja und ärgerlich dass man da mittlerweile besucht hat aufanlagen patrick die mittlerweile da face gegen zwei markt schon stark red oben auf dem balkon muss jetzt runter job ins mini-pitch auf balkon wäre ein bisschen zu offen gewesen macht irgendwie noch gegen lang arrow nicht arrow die macht nie die macht er doch sonne zu 99 prozent red ist immer noch im pd ist immer noch am leben jetzt rotiert sie rein drei kills für die rote gefahr lohn x beendet es zum 15 und jetzt kommt eben diese economy geschichte so ein bisschen spiel red super offensiv hat die awp natürlich als backup gehabt die ihm von der mitte den rücken frei hält so dass er entspannt richtung falsche reinziehen kann mit dem kill an mojo belohnt und die onyx talents starten die runde mit einem weniger korrigiere das sind zwei weniger sehr gewöhnliche entfernte leistung bis er oder sieht doch schon er sieht sie der riecht sie doch schon das nächste fällt schneller headshot der repeat kommt zu spät dadurch dass das kann auch die smog in der hand hatte nächster spieler zitrone einfach blind rausschießen wirf entgegen was du hast und short ist jetzt noch slags mit der awp da es steht am horizont geschrieben askan mit einer arke keine hp mehr weiß nicht wo die gegner stehen und fällt jetzt gegen slags 16 runden fürs braut das 2 zu 0 overall und der erste platz der gruppenphase